Verbraucher haben abgestimmt Verbraucher haben die Mogelpackung des Jahres 2017 gekürt. Im Gewinnerprodukt ist laut der Verbraucherzentrale Hamburg weniger drin als früher, zum gleichen Preis und mit schlechterer Rezeptur. Das Dr. Oetker Vitalis Früchte Müsli ist die Mogelpackung des Jahres 2017. 15.642 Verbraucher und damit knapp 37% der Teilnehmer einer Online-Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg kürten das Produkt der Dr. August Oetker Nahrungsmittel-Kilogramm zum Gewinne des Negativpreises. Der Grund dafür, der Hersteller hatte den Inhalt des Müsli im vergangenen Jahr von 600 auf 500 Gramm gesenkt, den Preis allerdings nicht angepasst. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 20%. Von vorne sieht der Karton genauso groß wie vorher aus, er ist aber weniger tief. Gleichzeitig wird dem neuen Früchte Müsli extra Zucker zugesetzt und weniger Vollkorn für die Herstellung verwendet. Das Vitalis Früchte Müsli hat verdient gewonnen, den Dr. Oetker hat nicht nur die Reduzierung der Füllmenge raffiniert verborgen, sondern Verbrauchern auch nach einem höheren Zuckeranteil und weniger Vollkorn als verbesserte Rezeptur verkauft, meint Armin Wellet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die meisten Verbraucher hätten den Mengenunterschied und den damit verbundenen Preisanstieg nicht bemerkt. Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel-Kilogramm erklärte im Februar 2017 auf eine entsprechende Anfrage der Verbraucherzentrale Hamburg, dass man das Produkt nicht mehr mit der ursprünglichen Füllmenge anbieten könne, da sich eine deutlich bessere Produktqualität in höheren Rohstoffkosten niederschlage. Wir können keine wirkliche Verbesserung der Rezeptur erkennen, sagt Verbraucherschützerwelt. Dr. Oetker setze jetzt extra Zucker und andere gezuckerte exotische Früchte zu, spare aber am Vollkorn. Einzig positiv sei der Verzicht auf Aroma zu werten. Auf dem zweiten Platz der Abstimmung landete das Kaugummi Mentos pure weit von Perfetti Van Melle, 28%. Die Dosen sind neuerdings mit jeweils 35 statt 50 Dragges gefüllt. Immerhin sind die einzelnen Dragges etwas schwerer als früher. Die versteckte Preiserhöhung beträgt dennoch 43%. Platz 3 belegte der Milka Nuss in die Regel von Mondelitz, 18%. Er hat sich nicht nur verkleinert, sondern auch einen geringeren Anteil an Haselnüssen. Mit großem Abstand folgten auf den Rängen 54 die Maßminis des Herstellers Maß, 9%, und die Adniss-Locken von DeLorenz-Sneckwelt, 8%. Bei diesen Produkten wurden die Verpackungsgrößen bzw. die Füllmengen verändert. Jedes Jahr gehen bei der Verbraucherzentrale Hamburg über 1000 Beschwerden bezüglich Preiserhöhungen und Verpackungen, die mehr Inhalt vortäuschen, ein. Leider tut sich wenig, um die Situation für Verbraucher zu verbessern, meint Welt. Die Politik muss endlich handeln, um den Herstellern mit ihren stetig schrumpfenden Packungen Einhalt zu gebieten. Wir fordern eine Transparenz-Plattform, auf der Unternehmen die Änderung von Füllmengen vorab veröffentlichen müssen. Quelle Doppelpunkt Press Mitteilung der Verbraucherzentrale Hamburg A, F, G, K, LR